So, die 0,5er Folge. Wir haben ja letztes Mal gesehen, die Kombination war rot, gelb, blau und wir machen ordentlich Schaden. Jetzt rastet er wieder aus. Nein, macht er nicht. Nein, er macht sicher einfach welche neue. Blau, rot, gelb. Okay, blau. Rot und gelb. Ah, willst du es nochmal probieren, ne? Okay, beschwören und wir beschwören Marduk. Hätte er wenigstens mal zuschlagen können. Das war es immer noch nicht. Er macht Feuer wieder auf Aram. 100? 104? Alles klar. Macht uns gar nichts. Wir greifen jetzt mal an. Was, 111? Wow. 6.992. 4,7 als 6 Gold. Und der Hotab springt einfach weg. Ein grüner Palastro, zwei Wurzeln, zwei Kordefakte und zwei Tränke. Septera, Laet. Ah, da ist doch Doskias. Dieses Schwein. Und da ist Gunnar. Lass ihn heran. Okay. Ich habe euch schon einmal besiegt, Doskias. Ich kann das wiederholen. Sei dir da nicht so sicher, Gunnar. Erkennst du meine Waffe nicht? Das kann nicht sein. Gemmas Schwert? Ich habe ein wenig archäologisches Interesse entwickelt. Gemmas Klinge. Geschmiedet im Fliegefeuer und im Kampf gegen Marduk selbst benutzt. Oh Gott. Jetzt weiß ich, dass ihr wirklich ein Abtrünniger seid. Ihr gebt vor, Marduk zu folgen. Tatsächlich aber vollbringt ihr Gemmas Werk. Narr! Ich bin der direkte Abkömmling Marduks. Ich bin der Retter Septerras. Nicht Gemma diene ich, sondern den Göttern. Hat nicht Marduk Gemmas Dämonen gegen ihn ausgespielt? Hat nicht er selbst sie in eine Falle gelockt und für sich beansprucht? Wie einst Marduk es tat, so werde auch ich die Mächte der Finsternis verwenden, um für das Licht zu kämpfen. Ihr seid Wahn... Ja. Nein. Niemand steht mir nur noch im Weg. Außer dem Kaiser. Aber nicht mehr lange. Du Schwein. Das ist hart. Oh Mann. So, wir haben den grünen Palastschlüssel bekommen. Was wir damit anstellen wollen, ist klar. Es liegt auf der Hand. Ja. Doskis hat sich also das Schwert von Gemma besorgt. Und ist wohl wirklich wahnsinnig geworden. Aber meint selbst wohl immer noch von sich, dass er das Richtige macht. Dabei geht die Welt unter. Ja. Das ist ein absoluter Trotter. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, er will sich einfach nur dahinter verstecken. Was er wirklich wollte, war ja einfach nur das Korre, diese Macht, das himmlische Königreich. Und der Richtfertigte sich das jetzt einfach. Mit, dass er für das Licht kämpft. Aber der hat ja gar nichts. Der hat ja nämlich mal was zu bekämpfen, eigentlich. Eigentlich ist es nur er das Böse. Er macht alles kaputt und so weiter. Das hat ja alles gestimmt. Der hat ja alles gepasst. Gegen was Böses kämpft er. Ja, wir kämpfen uns gerade noch mal ein bisschen durch hier. Aber ich werde diesen 0,5er Part auch gleich wieder beenden, wenn wir aus diesem Korridor heraus sind. Weil dann geht es im nächsten richtigen Part weiter. Ach ja, was mache ich denn? Ich will doch... Alle Gegner angreifen. Und das bleibt zum Glück auch. Buh. Alles klar. Zweimal Wurzel haben wir erhalten. Tja, scheinbar hat auch Doskias Mato getötet. Ich glaube nicht, dass es... Ja, das ist ja nicht grün. Vielleicht können wir da rechts oben lang. Aber ich frage mich, was hier links noch ist. Abgeschlossen. Einen weißer Schlüssel kriegen wir vielleicht noch. Einen weißer Schlüssel kriegen wir vielleicht noch. Hm. Was ist das? Ach so, ein Zellenschlüssel. Warum haben wir das immer noch? Mutter gegen Gift. Okay, okay. Na ja, gut. Dann würde ich sagen, wir machen hier für diesen Part Schluss. Also für diesen 5er Part natürlich. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wo wir weitergehen werden. Ach, das machen wir jetzt noch. Ich meine, es sind jetzt 5 Minuten oder sowas. Das ist ja auch irgendwie nicht. Ich kämpfe noch gerade gegen die normalen Angriffen. Was haben wir denn hier noch? Wollen wir doch mal eine Granate werfen. Pam. Was haben wir hier? Schrapnell. Schrapnell will ich sehen. Boom. Sehr gut. Eine Wurzel und ein Core-Atefakt haben wir erhalten. Okay, wo geht's hier hin? Ja, tatsächlich der grüne. Gut, dann mache ich jetzt hier aber Schluss. Ist halt jetzt nicht so lange. Ist aber auch nur 0,5er Part. Also geht's im nächsten Part weiter. Wie wir dieses jetzt gleich offene Tor durchreiten werden. Und mal schauen, was uns auf der anderen Seite erwartet. Ja, also bis dahin wünsche ich euch ja alles Gute. Ciao.